herzlich willkommen zu unserem heutigen webinar mit dem thema 10 tipps für feineres reiten mein name ist chris debsky von pferde gesund bewegen und bevor wir loslegen möchte ich mich einmal ein bisschen genauer vorstellen ich bin ausgebildeter pferde physiotherapeut passionierter reiter buchautor und blogger und seit 2016 bin ich dozent des e-learning konzepts online kurs pferde anatomie der kurs hat mittlerweile mehrere tausend teilnehmer und seit kurzem ist ein zweiter kurs dazugekommen mit dem titel effektive muskelmassage und dieser kurs ist natürlich mehr praxisorientiert bietet die ideale ergänzung zum ersten kurs seit vielen jahren beschäftige ich mich außerdem mit der geschichte der reitkunst also mit den über die jahrhunderte entstandenen reitlern den verschiedenen reitmeistern und als pferde physiotherapeut fand ich es daher auch spannend die thesen der reiterei auf den sogenannten biomechanischen prüfstand zu stellen zu hinterfragen ob wir eigentlich so reiten wie das pferd von seinem körperbau her geritten werden müsste und ob sich die reiterei eigentlich mit unseren normalen denkweisen vereinbaren lässt nämlich dass wir in der regel ja davon ausgehen dass alles was geschichtlich neuer auch fortschrittlicher und besser ist demnach müsste die aktuelle reitlehre und die ausbildungsmethoden ja das non plus ultra der pferde freundlichen natur gemäßen reiterei darstellen und über die jahre sind so viele aha momente entstanden die verdeutlichen welcher weg richtiger pferd gerechter ist und an welcher stelle wir reiter tatsächlich auf dem holzweg sind denn eins ist klar hinterfragen höchst selten ob ein pferd überhaupt physiologisch zu entsprechenden leistungen und lektionen in der lage ist er ruft schon einen tierarzt an weil die traversale nach links schlechter klappt als nach rechts dies hat mich dazu bewogen eine ausbildung zum pferde physiotherapeuten zu machen und mehr hinter die kulissen des athleten pferd zu blicken heute bin ich der meinung dass ein grundwissen um die anatomie und biomechanik des pferdekörpers für jeden reiter und pferdebesitzer eine bereicherung ist und helfen kann besser zu reiten zu fahren oder sein pferd und dessen körper einfach nur besser zu verstehen kommen wir nun aber zum eigentlichen thema unseres heutigen webinars zehn tipps für feines reiten das webinar baut auf das kostenlose ebook zehn tipps für feines reiten auf welches ihr auf meiner website findet und dort herunterladen könnt zu den tipps möchte ich vorab sagen dass diese keine doktrinen sind und auch gerne hinterfragt konstruktiv kritisiert werden dürfen es handelt sich also nicht um unumstößliche gesetzmäßigkeiten sind lediglich anregungen sein eigenes reiten ein wenig zu überdenken neue wege zu beschreiten eventuell helfen sie dem ein oder anderen in der tat feiner zu reiten für jeden dieser tipps habe ich mir auch von den alten meistern oder bekannten pferdemenschen inspiration geholt und lasse sie durch ein zitat zu wort kommen fangen wir nun aber mit dem ersten tipp an beginne jede einheit damit selbst losgelassen zu sein hören wir dazu general favore de cabrec in der tat ist es einem pferd ohne gleichzeitig im kiefer verspannt zu sein unmöglich irgendeinen teil seines körpers so in spannung zu bringen dass es dadurch den anforderungen des menschen einen wie immer gearteten widerstand entgegensetzen kann indem man die legerté herstellt hebt man also ebenso facto die gerade bestehenden widerstände auf und dieses resultat diese so positive und förderliche konsequenz hält an solange die legerté ja der erste tipp beginne jede einheit damit selbst losgelassen zu sein wir sprechen immer gerne und viel von der losgelassenheit des pferdes aber nicht ganz so oft von der losgelassenheit des reiters und zwar ebenso von der psychischen als auch physischen losgelassenheit ich meine jeder kennt die situation man hat einen langen arbeitstag hinter sich und das pferd hat die letzten 23 stunden in seiner eigenen welt verbracht wir kennen das alle wir kommen von der arbeit hetzen durch den verkehr schleppen unseren stress und gedanken mit zum pferd und erwarten dann wie aus heiterem himmel höchst leistungen vom partner fährt indem wir allerdings in diesem moment eventuell nicht mal die volle aufmerksamkeit angedeihen lassen wir kommen dann holen es von der wiese vom paddock oder aus der box und verlangen volle konzentration sind aber selbst noch im stress des alltags gefangen und dieser stress überträgt sich natürlich auch aufs pferd und je entspannter ich also selber bin umso entspannter ist dann auch mein pferd vielen reitern würde es helfen ein kleines ritual zur entspannung durchzuführen mal kurz die augen zu schließen und zu versuchen die mini meditation durchzuführen einen stress ein wenig beiseite zu schieben ausgiebiges putzen und nur beim pferd sein gedanklich statt mit steilkollegen zu quatschen ist ebenfalls mehr als hilfreich das zitat bezieht sich wiederum aufs pferd general favore de cabrèche war übrigens einer der schüler von françois boucher und hat uns auch interessante schriften hinterlassen in denen er die letzten anweisungen bouchers in wesentlich verständlicher art und weise erklärt als es françois boucher selbst in seinen werken getan hat die idee des lockeren unterkiefers steht im mittelpunkt der arbeit mit dem pferd und wird über alles und allem vorangestellt dazu aber mehr im zweiten tipp setzte dein pferd niemals in bewegung wenn es im kiefer nicht locker ist die vollkommene leichtigkeit des pferdes beginnt schon im maul salomon de la brule wer sich mit der anatomie und biomechanik des unterkiefers beschäftigt wird feststellen dass es zusammenhänge gibt bei der man in der tat von kleiner ursache und großer auswirkung sprechen kann denn anatomisch hängen ganze muskelketten und ihre losgelassenheit vom unterkiefer bis zum kranz darm bein gelenkt zusammen wer sich gerne an die idee der deutschen ausbildungsskala anlädt wird nun sicher bemerken dass der punkt losgelassenheit erst an zweiter stelle kommt vorangestellt ist schließlich der takt und genau diese problematik dreht sich auch der zweite tipp denn die typische verfahrensweise ist es alle dinge in der bewegung und im sattel zu lösen die losgelassenheit im reiterlichen sinne wird also erst in erster linie durch die bewegung ersucht ein lockerer unterkiefer wird von vielen daher als resultat des guten reitens angesehen und nicht als dessen voraussetzung jetzt kann man sagen dass es ja viele wege nach oben gibt und dennoch muss man sich klar machen dass eine herstellung von lockerheit über die bewegung bedeutet dass man während der sogenannten lösungsphase in kauf nimmt ein verspanntes pferd zu bewegen zu reiten was ist also wenn ich diese losgelassenheit gar nicht erreiche oder sogar durch mein reiten der losgelassenheit entgegenwirke ferner kann auch falsches equipment der losgelassenheit entgegenwirken deshalb ist es wichtig auch unbedingt auf den sperrriemen zu verzichten und bei dem zuziehen des nasenriemens unbedingt auf die zwei finger regel zu achten denn wie salomon de la brue so schön sagt die leichtigkeit des pferdes beginnt schon im maul kommen wir zum nächsten tipp reite mit dem richtigen inneren bild derjenige der ein anmutig und fröhlich gesicht hat darf sich oft mehr sehen lassen und vergnügt die ihn so ansehen weit mehr als ein anderer der viel besser reiten kann aber diese fröhlichkeit nicht hat ja damit kommen wir zu einem problem ein problem nämlich der vorbilder schau dir wirklich gute reite an und überlegt dir wie du reiten möchtest schau dir ab wie lektionen korrekt und mit leichtigkeit ohne zwang im sinne des pferdes ausgeführt werden prägt dir diese bilder und bewegungen genau ein und versuch sie mit gleicher anmut und gleicher leichtigkeit auszuführen dabei kommt es gar nicht so sehr auf den schwierigkeitsgrad an es geht gar nicht so sehr um die lektionen der hohen schule denn beginn direkt auch mit leichten lektionen wie zum beispiel dem korrekten schritt die guten reiter sind oft nicht die gewinner von pokalen sondern jene deren pferde vor anmut erstrahlen da haben viele reiter die falschen vorbilder im kopf das innere bild ist daher eine gute wie auch gefährliche hilfe denn wenn wir von falschen vorbildern lernen übertragen wir oft ungewollte stereotypische verhaltensweisen auf unsere pferde das bild zum beispiel vom vollgespannten zügel ist so eine heutzutage verlangte art des reitens und erzeugt so ein 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 bild von richtig und von falsch und ja richter wollen das unbedingt eigentlich auch sehen und ihr werdet merken dass in der gesamten präsentation heute zum beispiel kein zügel voll angespannt ist alle reiter reiten ihre pferde auf kandare und alle zügel hängen meist leicht durch bzw die kandaren wirken nahezu gar nicht die interpretation der sogenannten anlehnung wie wir sie heute sehen bei der sich reiter im sprichwörtlichen kräftemessen mit dem mürrischen widersacher pferd befinden ist reitgeschichtlich einzigartig und relativ neu typisch für diese reiterei ist eigentlich über die jahrtausende hinweg das idealbild vom durchhängenden zügel auf einhändig geführter kandare setzte alle hilfen getrennt voneinander ein hand ohne beine beine ohne hand hören wir dazu schon claude rassini aus feines reiten boucher leitet die richtigkeit seines prinzips hand ohne beine beine ohne hand davon ab dass es bei gleichzeitigen einsatz der hand und der schenkel möglich ist dass der reiter ohne sich dessen bewusst zu werden fehler oder übertreibungen der einen hilfe durch die anderen übertüncht und verschleiert setzt der reiter hingegen hand und schenkel separat ein dann lernt er seine handlungen zu dosieren er wird fein und geschickt das pferd seinerseits wird da es ja mit feinen hilfen beeinflusst wird immer aufmerksam ja das trennen der hilfe ist der weg zu feiner kommunikation mit dem pferd durch das separate einsetzen der hilfen verleihst du jeder einwirkung eine besondere bedeutung ohne dass sie von anderen hilfen gegensätzlich beeinflusst wird das pferd wird deutlicher auf feinste signale reagieren die these vom sogenannten orchester der hilfen die gleichzeitig zum einsatz kommen ist ein mythos diesem sind leider viele reiter aufgesessen und auch die heutigen trainer vermitteln eher eine reitauffassung nach dem motto viel hilft viel schaut man sich reitunterricht an und hört den trainern zu dann kommt es einem so vor als müsste man möglichst viele hilfen gleichzeitig geben damit ein pferd überhaupt gesteuert werden kann erstes zurückbesinnen auf die wohl dosierte und getrennt voneinander eingesetzte zügel hand dem schenkel und sogar die gewichtshilfe lässt viele reiter erst wirklich verstehen wie hilfen eigentlich wirklich funktionieren und ob die jeweilige hilfe beim pferd überhaupt ankommt was eine halbe parade ist weil sein innerer schenkel auswirken soll oder ein äußerer schenkel bewirken soll deshalb sollten trennen hilfen immer voneinander getrennt werden sobald das pferd eine hilfe befolgt hat setzte alle hilfen aus hören wir dazu nun nur olivera gibt dem pferd die haltung die es zum ausführen benötigt und lass es gewähren ja eng mit der zuvor gehörten anweisungen vom trennen der hilfen ist der grundsatz die hilfen nach befolgen durch das pferd auszusetzen das pferd muss wissen wann es etwas richtig gemacht hat und dass sein job die beibehaltung der jeweiligen gangart ist die hilfen des reiters sind nicht dazu da eine bewegung aufrecht zu erhalten sondern nur dazu sie zu erfragen ständiges einwirken mit der hand oder treiben mit dem schenkel ist eine unart und stumpf das pferd ab das aussetzen der hilfen ist leider eine wichtige hilfe die sich im deutschen reit leer sprachgebrauch nicht wiederfindet die franzosen sprechen auch vom dessen dem auslassen beziehungsweise sinken lassen der hand später spricht boucher sogar vom dessen tema eb johm also dem auslassen der hilfen und der hand also der hilfen der hand und der beine dabei geht es ihm aber nicht darum das was wir als nachgeben kennen sondern es geht vielmehr darum dem dem pferd quasi das was wir so schön als freiheit auf ehrenwort betiteln zu geben wir schenken dem pferd quasi in der lektion bei korrekter ausführung die freiheit die lektion selbstständig weiter auszuführen ohne weitere einwirkung unsererseits wir hören also auf das pferd mit unseren hilfen zu belästigen einige ältere reitmeister empfehlen dann nur noch die stimmhilfe und sprechen davon dem pferd schön zu tun ist also ausgiebig zu loben und zu ermutigen das auslassen der hilfen ist für die meisten reiter sicherlich das schwierigste da man es gewohnt ist eigentlich ständig in kommunikation mit dem pferd zu sein beziehungsweise glaubt man dass eine solche kommunikation aktiv sein muss dabei kann ein dialog vor allem auch vornehmen dadurch geprägt sein dass man verständnis für das andere individuum hat und auch sprechpausen einlegt ja das zitat vom großen portugiesischen reitmeister nuno olivera ist eines meiner lieblingszitate denn es steckt so viel lehrmaterial für die reiterei darin gibt dem pferd die haltung die es zum ausführen benötigt und lass es gewähren zum einen besagt ist ganz klar wenn wir eine lektion nicht korrekt vorbereiten damit die lektion nicht gelingen zum anderen aber auch dass es immens wichtig für das feine reiten ist wir müssen die lektion korrekt vorbereiten aber durchführen muss das pferd sie alleine und selbstständig ohne dass wir weiterhin einwirken ein sehr spannendes beispiel zum beispiel ist das simple durchreiten einer wollte ihr dürft es gerne mal versuchen reitet mit eurem pferd entlang der langen seite der reitbahn und sucht euch einen konkreten punkt aus an dem ihr eine wollte reiten wollt kurz vor diesem punkt beginnt ihr dann mit dem einleiten der lektion und alle nun folgenden anweisungen die ich euch zu gebe werden einmalig und nacheinander und auf gar keinen fall zusammengegeben und des weiteren werden die einwirkungen also die hilfen nicht mehrfach sondern nur einmalig gegeben erstens erhaltet ihr nun versucht die aufmerksamkeit eures pferdes zu kriegen in der regel reicht dazu eine kurze stimmhilfe dann als zweites gibt eine hilfe zur innenstellung mit der hand idealerweise erhaltet ihr auch eine kieferflektion das heißt das pferd gibt im kiefer nach nun drittens nutzt die gewichtshilfe und gebt ein wenig mehr gewicht auf die innere seite denn dann wird sich das pferd nun beginnen zu biegen als unterstützung dafür nutzt den inneren schenkel um den vorgriff des inneren hinterbeins in richtung des schwerpunkts zu intensivieren dabei wird auch die innere hüfte des pferdes leicht nach vorne kommen und ihr erhaltet nun wirklich die biegung dreht euren oberkörper in richtung mitte der wollte und nimmt die innere hand weiter nach oben ohne am zügel zu ziehen der äußere zügel wird dabei etwas rutschen müssen um die biegung des halses zu gewähren und siebtens stellung und biegung sind nun so eingerichtet dass das pferd ohne weiteres zu tun ohne treiben ohne einwirkung am zügel die wollte komplett laufen kann das heißt also am anfang der wollte richtet ihr eigentlich die haltung des pferdes ein der rest ist eigentlich dann aufgabe des pferdes keine weitere einwirkung während der wollte ruhen alle hilfen des reiters und durch die nacheinander gegebenen hilfen geht ihr also eurem pferd die korrekte haltung befegt ist die lektion auszuführen danach lasst ihr es gewähren ja feines reiten ist impuls reiten haben wir wieder nun olivera das geheimnis beim reiten ist weniges richtig zu tun ja wir haben schon mehrfach über die einwirkung gesprochen es geht also darum nicht dauerhaft und grundlos zum beispiel mit schenkeln oder hand einzuwirken eine hilfe muss deutlich gegeben werden aber auch deutlich verstanden werden und deutlichkeit hat dabei nichts mit stärke zu tun mit intensivität sondern mit dem richtigen zeitpunkt der richtigen vorbereitung aber auch mit der möglichkeit zum verständnis seitens des pferdes befolgt ein pferd die hilfe nicht liegt es selten an der dauer oder intensität der hilfe eine fremdsprache lernt man auch nicht besser indem der lehrer einem die nicht verstandenen worte ins ohr brüllt wenn du also zum beispiel eine hilfe zum antraben gibst muss dein pferd auch sofort antraben macht es das nicht solltest du die hilfe keinesfalls wiederholen auch dann nicht wenn es endlich antrabt sinnvollerweise sollte eine hilfe trainiert werden und als feiner impuls genügen ein leichtes anlegen des schenkels sollte eigentlich zum antraben ausreichen anfänglich kann man zur schulung der schenkelhilfen gut mit zusätzlichen gleichzeitigen bzw direkt folgenden impuls mit der gärte arbeiten vom dauerhaften einsatz der schenkel auch selbst subtiles begleiten oder ständiges einwirken sollte auf jeden fall unterbunden werden das führt uns direkt zum vorherigen tipp nämlich dem befolgen der hilfe danach muss die hilfe unbedingt ausgesetzt werden sollte die leichteid im kiefer während der bewegung verloren gehen dann fordere erneut leichteid in der bewegung hören wir dazu favori de querbrecht die niemals aufhören der aufmerksamkeit und sorge des reiters muss die suche nach der leger t sein ihre herstellung und ihre bewahrung ja wir waren schon zu beginn bei dem thema der lockerheit des kiefers der also den schlüssel zu feinem reiten darstellt einige reitmeister haben diese sogar vor die bewegung gesetzt und ritten also gar nicht erst an bevor das pferd nicht weich im maul und nachgiebig im genick war die frage ist natürlich was passiert während der bewegung wenn sich also das pferd wieder im kiefer verspannt und zum beispiel auf das gebiss legt also wir in der hand gegenwehr und druck spüren ja sollte diese leger t also die leichteid im kiefer in der bewegung nicht sofort wieder erlangt werden können dann sollte in jedem fall versucht werden durch leichte bewegung die und leichte einwirkung mit der hand erneut der kiefer gelockert zu werden und funktioniert das auch nicht ja dann gilt es tatsächlich anhalten durch parieren die franzosen nennen das kraft und bewegung voneinander trennen erst wenn du im halt die lockerheit des kiefers wieder sichergestellt hast und die verspannungen beseitigt sind erst dann solltest du erneut bewegung fordern weil wir ansonsten immer gegen die verspannung versuchen anzureiten darüber hinweg zu reiten und das kann kettenreaktionen hervorrufen und da wird es natürlich für viele schwierig also man muss sich auch trauen zur not abzusteigen und das fährt vielleicht lieber an der hand zu arbeiten wenn ich merke dass ich im sattel diese lockerheit des kiefers nicht mehr bekommen kann und ich also nicht eigentlich nicht möchte ein verspanntes pferd in bewegung zu setzen deshalb ist es auch eventuell einer der schwierigsten tipps denn es erfordert zum einen eine technik den kiefer zu lockern ein verständnis seitens des pferdes was denn passieren soll wenn ich auf das maul subtil einwirke und vor allem ein umdenken bei den reitern eben nicht alles in der bewegung lösen zu wollen und vor allem je nach stall erfordert der tipp leider mut denn wenn nämlich anfänglich eventuell mehr in der bahn steht als dass er sich bewegt der wird sehr viel unverständnis seitens der mitreiter und der sogenannten besserwisser an der bande ja sein eigen zielen können aber wie der chinese so schön sagt wer schnell sein will muss lernen langsam zu gehen denn die anfängliche langsamkeit bzw der stillstand wird dazu führen dass wir unsere balance mit dem pferd die losgelassenheit schneller erwirken können und daraus resultieren fortschritte die die anderen mitstreiter mit reiter über die bewegung niemals erzielen werden die einwirkung mit der hand sollte nicht länger als eine halbe sekunde andauern antoine de pluvinel sagt wir wollen besorgt sein das pferd nicht zu verdrießen und seine natürliche anmut nicht zu ersticken sie gleicht dem blütenduft der früchte der niemals wiederkehrt wenn er verflogen ist ja leider führt die aktuelle lehrweise und das auslegen des begriffs anlehnung bei vielen reitern zu permanenten viel zu starken einsatz mit der hand hier muss allerdings klar ein umdenken stattfinden denn das reiten mit entspannten kiefer bedeutet eigentlich quasi permanentes nachgeben der reiter hand und eigentlich nur annehmen bei bedarf und nicht umgekehrt so wie wir das leider viel zu oft hören und sehen das ziel ist es eigentlich von anfang an das pferd in selbsthaltung zu bekommen das pferd soll lernen sich in dem rahmen dem wir ihm vorgeben eigenständig so stolz und anmutig wie möglich bewegen zu dürfen es also in einem rahmen sehr autonom unterwegs sein zu lassen mit jeder hilfe die wir geben geben wir ein müssen wir ein unmissverständliches signal geben dass nun etwas gemacht werden soll die geschwindigkeit sich ändert angehalten werden soll etc und jeglicher impuls sollte meiner meinung nach nicht länger als eine halbe sekunde dauern eine leichte subtile einwirkung muss eigentlich sofort zu einem impuls also der impuls muss zu einer reaktion führen und haben wir die nicht haben wir bereits ein missverständnis und missverständnis bedeutet immer wir bekommen in kürze eine gegenwehr zum beispiel durch ungleichgewicht also eine nicht gewollte gegenwehr oder halt eine abwehrreaktion weil die anteintwirkung doch irgendwie zu schwierig wird es entstehen vielleicht verspannungen im kiefer in der kaum muskulatur die zieht sich dann fort bis in den rücken des pferdes und wir versuchen dagegen anzureiten und das ganze geht natürlich immer zu lasten der losgelassenheit und natürlich auch der psyche des pferdes belohne auch die kleinsten fortschritte etienne bedron sagt häufig fragen mit wenig zufrieden geben oft loben ja gerade die basisarbeit ist die wichtigste grundlage für das pferd auch schwere lektionen überhaupt ausführen zu können das lob für schritt und trablektionen wird allerdings oft vernachlässigt die meisten reiter nutzen den schritt zum beispiel maximal dazu ja leider erforderliches warm reiten zu absolvieren und achten relativ wenig auf die ausführung des schritts höchstens auf die geschwindigkeit da wird dann gequatscht nachrichten gelesen oder gar geschrieben oder telefoniert dabei ist es eigentlich wichtig bereits im schritt zu arbeiten zu schauen wie das pferd drauf ist versteht es mich und bereits im schritt kann ich über seiten gänge das pferd ausgeblich gymnastizieren gleichgewicht und balance überprüfen und das pferd für meine arbeit gewinnen und wie man so schön sagt was im schritt nicht gelingt wird im trab nicht gelingen und im galopp erst recht nicht daher ist es auch wichtig diese basisarbeit immer wieder durchzuführen zu überprüfen und noch besser zu verbessern ein gerade richten ohne schulter herein und travert ist eigentlich nicht möglich und die muss ich zunächst im schritt kultivieren verständlich machen und möglichst jederzeit verbessern ja und belohne dein pferd daher auch für einfache aber gut ausgeführte lektionen und zeigt dem pferd wann es etwas richtig gemacht hat auch bereits gute ansätze sollten belohnt werden das pferd merkt sich das und kam beim nächsten mal auf belohntes aufbauen ja kommen wir zum zehnten und letzten tipp fürs feine reiten beende die einheit mit einer guten lektion reiten sie ihr pferd glücklich ja der große nuno olivera für mich ist dieser satz die kürzeste reitlehre der welt die arbeit mit dem pferd sollte wenn möglich mit einer guten lektion oder mit dem ansatz einer guten ausführung beendet werden das pferd sollte während der arbeit nicht durch misserfolge frustriert werden sondern gibt einem pferd die chance sich anmutig und stolz zu bewegen beende die einheit daher zum beispiel mit einem anmutigen trab oder galopp oder mit der lieblings lektion deines pferdes und lob es ausgiebig oder wenn es gerade etwas besonders gut getan hat dabei muss man sich natürlich auch trauen können selbst kurze einheiten bereits nach einer sehr guten lektion zu beenden eben weil die lektion so gut war das pferd lernt daraus für die nächste einheit und die stimmung mit der man die bahn verlässt ebnet die stimmung für die wiederkehr beim nächsten training aber wer traut sich schon eine einheit bereits nach vier oder fünf minuten zu beenden und wer traut sich eine neue gut gelungene lektion die bisher noch nicht geklappt hat die jetzt auf einmal geklappt hat nicht sofort zu wiederholen sondern durchzuparieren zu loben und dann nicht noch mal auszuführen ja probiert es ruhig mal aus und ihr werdet sehen im lob durch aufhören steckt extrem viel kraft und viel lerneffekt damit möchte ich meinen vortrag beenden und sagt vielen dank fürs zuhören zum schluss noch ein letzter gedanke den ich mit euch teilen möchte denn er passt glaube ich ganz gut zum letzten tipp also was mache ich eigentlich wenn ich abgestiegen bin wenn ich die einheit beendet habe und ja so mache ich das wenn ich nach der einheit vom pferd steige muss ich ihm in die augen blicken können ohne eine handlung bereut zu haben ich bedanke mich bei ihm dafür dass es mit mir gearbeitet hat und lob ist überschwänglich denn es war das beste pferd was ich soeben geritten bin mit diesem gefühl von zufriedenheit beenden wir beide jede einheit und beginnen die nächste in diesem sinne vielen dank euer chris debsky pferde gesund bewegen